Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Minecraft Sea Rustic Water. Und wir haben beim nächsten Mal ja dafür gesorgt bzw. gesucht, dass wir ein Endportal finden und ein Netherportal. Und ich dachte, warum? Jetzt ist es so hallig an. So, jetzt besser? Ja. So, dass wir ein Endportal und ein Netherportal finden. Wir haben das Netherportal nicht gefunden. Aber ich dachte, ich mache kein Video, bevor ich nicht endlich mal ein Netherportal gefunden habe. So, also sind wir wieder da und wir haben ein Netherportal gefunden. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt ein paar Sachen. Und zwar ein Schwert. Weil ich nicht weiß, was mich im Nether erwartet. Und ich denke mal, wir machen uns Signalium Schwert. Wir proben die Gälder mittlerweile. Äh, ja, hier haben wir jetzt noch. Ich weiß nur noch Signalium, was haben wir sonst noch? Led hätten wir noch. Okay, wir können uns kein Signalium Schwert haben. Aber Led Schwert. Da ich keine Lust habe, da wieder hinzu schwimmen. Hört man Dunn? Ja, hört man. Keine Lust habe, da hinzu schwimmen, habe ich mir gedacht, werde ich mich jetzt ausnahmsweise mal teleportieren. Und zwar ist hier der Nether. Oder auch nicht. Wow. Hier ist kein Nether. Super. Da ist dann... Ja, ist klar. So, wie gesagt, hier ist es ein Netherportal. Aber wir werden jetzt auch gleich... ...weil hier unten machen. Schau mal, was wir uns hier erwartet. Und ein Gas schonmal. Aber Emerald bringt uns in den Markt mit nichts. Es ist sehr dunkel. Wir brauchen für die Schwimmflügel. 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 Wir brauchen und die Schwimmflügel. DDie Schwimmflügel. Wir können hier auch noch holen. So weiter geht´s. Heavy Engineering Block. Letzt und Steal. Wie viel brauchen wir davon? Ein Heavy. Steal ist normal, ne? So, dann brauchen wir noch wieder Letzt. Wir haben zwei Platten. Dann brauchen wir noch sechs Platten. Na, Watti? Watti? Nein, passt nicht mal. Und wir haben auch jetzt mehr. Weinen, weinen. Steel. Aluminium. Dann pulverisiert das Letzt halt nur. Das werden wir aber alles sichern. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob er jetzt hier schnell mal vorankommt. Das ist ja was durch. Wo war es denn? Das ist ja was. So let's kriegen. Das ist ja was. So. So. Das ist ja was. So. 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 aber einmal mehr okay guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal der Mittel aber kein ich muss das nicht brauchen denn gerade gut 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 So, fülle ich mal die Lackkümmel mal durchschmeißen. Noch ein bisschen. Machen wir die anderen mal rein. So, dann haben wir schon mal ein Toilette. Jetzt haben wir 3, wie viel brauchen wir denn? 6er. Hey Ratti, du bist dran. Dein Job. Machen wir glücklich. Soll ich nicht. Soll ich nicht. Oh, definitiv noch mehr. Wo machst du deinen Job? Ich mach meinen Job. Ja gut, ich würde meinen Job machen, wenn ich... Wette! Warum machst du das eigentlich? Das würde ich glaube ich jetzt nicht wissen. Da ist wieder Kohle drin. Sand, Kies. Sand, Kies. Sand, Sand, Kies. 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 Ich kenne jetzt ziemlich zu wenig. Sollte es jetzt darauf liegen, dass wir hier 10 Minilet kriegen oder was? Was ist eigentlich bei diesem Ender, Schatz? Wo ist denn einfach Schatz? Was hieß es, du Eisbuchs? Hier haben wir schon. Dann müssen wir nämlich auch mal einen Ember reinkommen, also einen Mott-Ember. Ach so, dann muss das immer noch brennen. Entschuldigt. Schon wieder leer? Ja. Sollte es jetzt. Sand, Gies. Sand, Sand. Sand, Sand. Gies, Gies, Gierde, Sand. Alter, das ist das meine Herzbegehrt. Was ist das denn? Jetzt fahren wir die Reaktion noch mehr raus. Warti, du bist dran. Sobald wir Strom haben sollten, muss ich mich darum kümmern, dass wir hier defensiv ähm stüge okay Okay. Okay. Okay, Welcher war es? Oh, hier stehen die Pfeffer. Aber wir brauchen eine Soldat. Ich kann es hier sehen. Ich schreibe die Pfeffer. Ich kann es noch nicht lernen. Wir brauchen eine Säge. Ich schreibe die Pfeffer. Ich schreibe die Pfeffer. Das hat das die Pfeffer ausgeführt. Dann haben wir... Irgendwie haben wir noch eine. So, jetzt haben wir mal die Heimige in die Mühle. Mit 10 Platten 6. 10 hat man noch in der Nacht. Und dann brauchen wir diese Red Wires. Und dann brauchen wir diese Red Wires. Trittchen Rutsch. Wollen wir auch mal dafür. So, wir brauchen Trittchen Rutsch. Dann holen wir uns noch mal. Dann haben wir dann die Heimige. So, eine Weichertonsze. So, wir brauchen die Heimige. So, wir brauchen die Heimige. so 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 Lass mich reiten, das war schon wieder nur mein andern Table. Hau ruhig ab. Ich mag mich auch nicht leiden. So, wir brauchen noch von drei Stück. Ich weiß, wir brauchen noch längs. Die kriegen wir hier drin. Wollen wir ein paar mehr? Am Start. Und jetzt brauchen wir eine Menge Redstone. So, gucken wir noch mal nach. So, ich bin ein bisschen. Puh, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Redstone. Jetzt lass mich reizer. So, ich mache jetzt das. Wollen wiren nicht. Und jetzt spinniss nun, wir können mal arbeiten. Ich will mal. Es ist ein Stick, Planks, Es ist jetzt ein ein Einleidiger. Ich habe einen Einleidiger. Es ist ein Einleidiger. Es ist ein Einleidiger. Ich sage nicht, ich sage nicht, dass ich es auswählen muss. Das ist aber ein richtiger Versuch. Ingenieurin bist du. 1,2,3 Jetzt bin ich blind. Ah, hier ist es. 2,3 Da ist er an. 3,4 Das ist in der Reihe. Und ich will die Leid. 1,2 Und ich will die Leid. Das ist egal. Und ich will die Leid. Und ich will die Leid. und ich will die Leid! Und ich will die Leid. Und damit sollte man den Quest jetzt auch erfüllt und wir kriegen unten eine Fresse. Die Frage ist, was ist denn mit der Fresse? Stimmen die irgendwo auf oder? Ich würde die erst bauen. Äh, ja gut. Die müssen wir bauen. Krieg ich irgendwo ein Rezept noch? Ich weiß nicht, kommt hier nicht lang mit Strom, ne? Das ist das größte Problem mit der Kälte. Und der ist da falsch. Ich muss noch eins hören. Und dann muss der... Hier, ne? Dann brauchen wir Pisten. Ist nicht gehört, einen Pisten zu bauen, ist nicht nur schlimm. Hallo? Können wir hier gerade mal nicht alles wegräumen? Das Problem ist, dass wir dann nur einen Teilpresse haben. Wo ist das? Wo ist das? Ich sag warte wieder. Ja, der haben eine Menschen verloren. Bist du hast, wo kannst du? Ja, das Potenzial. Ich glaube, wir nehmen. Du wirst jetzt nicht einmal in die Richtung, das ist kein Bissen, ne? So, haben wir den Umwelt vergessen? So, haben wir das? So, das ist ein Bissen, das ist ein Bissen, das ist ein Bissen. ... ... ... ... Okay. So, what are we going to do? We need to do it. Okay. Yeah. Okay. 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 It is really good. Woa, ich habe einen Dopp, woher ich bin? Ich habe einen Dopp. Nein, 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 da ist nichts. Oh, hier, ich mache sie, was in. So ein Job. So. Jetzt die Frage, warum er jetzt jetzt? Äh, Metallpresse! und irgendwelche die die folge die 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 Und dann könnten wir uns dieses Laufband auch gleich mal machen. Die Frage, welches brauchen wir eigentlich? Verständnis überhaupt nicht, dass man irgendwer nicht macht. So, davon haben wir jetzt genug. Ich glaube wir haben genug, um davon zu arbeiten. So, viel das Ding brauchen wir dann. Okay. 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 Und das. Doch. Eine Seite muss da rein. Und die andere Seite muss da raus, ne? So, dann erschiebt man das Request. Request. Und dafür kriegen wir... ...ne Profilie. Ok. Wollte ja nicht darstellen, du kriegst sie nicht. So, die Frage ist jetzt, wie funktioniert denn das ganze Ding? Wir können mal hier mal draufwerfen, aber dann passiert nichts. Irgendwie muss man das Ding hier aktivieren. Lass mich raten, wir brauchen einen Engineering Hammer. Wir brauchen den Zauberhammer. Und schlagen wir mal drauf. Hurra. Kapiert. Allerdings passiert immer noch nichts. Weil das Ding keinen Strom hat. Das Ding braucht genauso Strom, wie alles andere. So, gut. Ähm. Wir gucken jetzt erstmal mal, welche Quest wir brauchen. Als nächstes. Wir brauchen einen Rackpack. Und damit wir uns diese Platten machen können. So Leute. Ok. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ich denke mal, es reicht erst noch für heute. Langsam kommen wir weiter. Dauert alles ein bisschen. Ähm. Andere Körbele stellen. Ja. Okay. Ähm. Aber. Ich versuch mein Bestes. Also. Morgen sehen wir uns wieder um 13 Uhr. Allerdings. Und. Ich denke mal. Bye bye. Ciao. Ich bin raus. ừ. Passion